Wir machen heute eine Reinigungsmeditation mit Erzengel Zadkiel und diese Meditation eignet sich dafür, dass du, wenn du den Tag gut abschließen möchtest, wenn du dich noch reinigen willst von dem, was sich im Laufe des Tages angesammelt hat oder auch wenn du den Tag morgens gut rein, klar und sauber beginnen möchtest. Viel Freude dabei! Du hast ja schon einen ruhigen Ort gesucht, hast dein Handy auf lautlos geschalten und hast einen Platz gesucht, an dem du dich im Sitzen oder Liegen gut entspannen kannst. Dann lade ich dich ein, deine Augen zu schließen und zwei, drei langsame, entspannte Atemzüge zu nehmen, die dir helfen, gut in dir, bei dir, in deiner Mitte anzukommen. Du kannst auch kurz eine oder beide Hände, eine Hand oder beide Hände auf dein Herz legen, um dein Herz zu spüren, um deine Mitte zu spüren, um jetzt einfach nur in dir gut anzukommen. Alles andere darf jetzt aus dem Gedanken sein, ruhiger werden. Jetzt bist du wichtig. Diese Zeit ist für dich. Einen tiefen Atemzug noch. Dann rufe Erzengel Zadkiel. Erzengel Zadkiel, ich rufe dich und bitte dich zu mir zu kommen. Ich bitte dich, mich in dein Engelslicht und in deine Engelsliebe zu hüllen. Ich bitte dich, mich ganz auszufüllen mit deiner Engel Energie, meinen physischen Körper und all meine Energiekörper. Ich bitte dich, reinige mich, kläre mich, löse von mir, was ich an fremden Energien, an fremden Gedanken, Emotionen, Lastenschwere, an Ängsten aufgenommen habe. Liebe Erzengel Zadkiel, danke, dass du bei mir bist. Danke für deine Hilfe, deine Präsenz. Ich öffne mich dir. Ich öffne mich und mit jedem Ausatmen gehen Schatten, Anspannungen von mir, zieht sich Dunkelheit zurück, Belastungen, Sorgen und Ängste. Und mit jedem Einatmen werden die daraus in mir entstandenen leeren Stellen aufgefüllt mit Erzengel Zadkiel Licht, das mir hilft, auf transformative Weise in meiner Entwicklung rascher voranzuschreiten, besser voranzukommen. Ich atme das Engelslicht ein, das sich violett zeigt oder in einer anderen Farbe. Lass meinen Körper durchfluten davon, lass meine Aura, meine Energiekörper reinigen, spülen, befreien. Ich lasse jetzt die Gedanken los des letzten Tages oder der letzten Tage, in denen ich mich verurteilt habe, in denen ich mich klein gemacht habe, in denen ich hart und streng zu mir war. Ich lasse los, wo ich ungerecht zu mir selbst war, in Gedanken, Gefühlen und in Worten, wie auch in Handlungen. Stattdessen atme ich bewusst das Licht von Erzengel Zadkiel ein, nehme es bewusst auf und lass mich so in mehr Sanftheit, Leichtigkeit führen, in größere Verbundenheit mit mir, meinem Herzen, meiner Seele und mit den Engelwelten. Ich lasse mich von Erzengel Zadkiel erhellen, ausfüllen, in Freude führen. Ich erhöhe meine Wahrnehmung für die Wunder des Lebens. Ich atme Liebe ein und ich atme Liebe aus. Ich atme Engelsenergien ein und atme aus, was ich nicht mehr benötige. Ich nehme Engelsenergien auf und ich gebe Fremdes, nicht mehr Dienliches ab. Bewusstes Einatmen, bewusstes Ausatmen. Du fühlst vielleicht jetzt schon, wie sich deine Muskeln entspannen, deine Schultern, dein Verdauungsapparat, dein Brustkorb, deine Beine, deine Hüften, dein Rücken, dein Nacken und auch deine Kopfhaut. Wie dein Gesicht sich immer mehr entspannt, deine Züge, deine Gesichtszüge freier und lockerer und offener werden. Lass dich weiter von dem Licht des Engels durchströmen. Vertraue darauf, dass das für dich Richtige jetzt geschieht. Vertraue darauf, dass du am richtigen Platz bist. Ich bitte darum, erkennen zu können, was für meine nächsten Handlungen, für meine nächsten Schritte von Bedeutung ist. Ich bitte darum, durch diese Reinigung mehr Klarheit zu erhalten, für die täglichen Aufgaben, die sich mir stellen, für die Entscheidungen, die ich zu treffen habe und für die Art, wie ich mein Leben leben möchte. Dafür, wer ich bin und wer ich sein möchte. Ich gebe mich jetzt vollkommen den Engelsenergien von Erzengel Zadkiel hin. Lass sie durch mich strömen, durch mich fließen. Lass sie mich aufbauen, erhellen, anheben. Bitte darum, dass sie mir helfen zu erkennen, wer ich bin und wo mein Weg ist. Jeden Augenblick aufs Neue. Immer wieder, immer tiefer, immer freier. Immer mehr habe ich den Mut, meine Größe und meine Fähigkeiten anzunehmen. Immer mehr habe ich den Mut, Ja zu sagen und Nein zu sagen, so wie ich es in mir spüre, als meine Wahrheit. Ich fühle mich gereinigt, gestärkt, erhellt. Aufgeladen, aufgefüllt und freudig. Ich bin bereit, meine nächsten Schritte jetzt in Liebe zu gehen. In Liebe zu mir selbst und in Liebe zu allen Wesen der Erde. In Liebe zu allen Situationen, die sich mir zeigen. Ich bin bereit, den Weg der Liebe zu gehen und mit den Augen der Liebe zu schauen. Ich lasse los, wer ich nicht mehr bin. Ich heiße willkommen, wer ich bin. Und wieder ein paar langsame, entspannte Atemzüge, in denen du darum bittest, dass alles in dir jetzt einen Platz findet, das Neue. Dass du dich daran gewöhnst, dass manches weggegangen ist, dass deren Plätze aufgefüllt wurden. Du lässt das leichte, lichtvolle Gefühl zu und gibst dich, dir selbst, deinem Leben, deiner Freude hin. Und die Atmung kann tiefer werden. Beginne deinen Körper bewusster zu spüren, deinen physischen Körper, leichte Bewegungen in den Körper zu bringen. Zuerst mit den Gliedmaßen oder mit den Händen oder Füßen, Beinen, Armen, wie du möchtest. Strecken, Gehen, Dehnen fühlt sich vielleicht gut an. So wie du möchtest, öffnest du dann auch deine Augen wieder. Herzlich willkommen zurück. Ich wünsche dir viel Freude, viel Bewusstes, durch dein Leben gehen, viele Erkenntnisse und Klarheit auf deinem Weg. Mach die Meditation so oft du möchtest. Du musst die Worte nicht wiederholen, die ich spreche, sondern einfach energetisch dich einklinken, mitgehen und geschehen lassen. Mach es dir leicht, lass es geschehen, gib dich hin und nimm an, was möglich ist. In diesem Moment, jetzt, heute und in jedem Moment deines Lebens. Alles Gute, alles Gute, alles Liebe, vielen Dank.